Was kann denn da nur los sein? Burning Castle! The Shit! Ich glaub, ich geh wieder. Ich muss durch! Ich weiß nicht, find da die Party heute! Party heute! Was ist deine Message für die People heute? Einfach nur saufen und gehen lassen! Oh, der Burg ist herter! Was hast du vor heute auf der Burg? Ja, ich bin am Bezirken. Wir hatten keine Emo-Profis. Und dann kam er. Echt? Ja, voller Emo-Geräusche! Emo Stark! Wir müssen das jetzt so richtig mal traurig machen. Wir zeigen euch jetzt unser traurigstes Gesicht auf dieser Party. Danke! Das ist die Obergeist der Party! Das, meine Herrschaften, ist ein Mann fürs Leben! Der Herr Rock hat mir geholfen! Willst du mit mir auf die Suche nach der Staude gehen? Ja, wo ist die Staude? Keine Ahnung! So machen wir sie! Vielleicht ist man auf dem Klo! Schau dir diese Staude an! Die Staude wächst! Diese Staude hat Äste! Lass diese Staude wachsen! Ja voll, Alter! Ich muss wachsen! Ja voll, Alter! Die Staude muss wachsen! Leute, wir brauchen eine Pflanze! Wo ist die Pflanze? Die haben sie am WC gefunden. Wir gehen aufs Klo und holen die Pflanze! Kommts! Wir gehen aufs Klo! Wir gehen aufs Klo und holen die Pflanze! Ich bin jedes Jahr am WC brengst. Viermal oder fünfmal! Vorgel! WURGEL! 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 Leute, das ist die Pflanze Nummer zwei! Jubel! WURGEL! 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 Nur flüchten! Also, ich bin Marcel aus Villach, ich bin DJ, normal bin ich nicht so angefangen. Da geht es vielen so. Hey, Chris Antonio! You're a master DJ! Das schaut speziell gut aus. Echt speziell gut aus. Was mir krass gefällt, ist die Brille. Probier, probier. Probier mal, okay? This is Chris Antonio. Aber ich weiß nicht, ob er nicht so gut steht wie er. The main head on the turntables. The main head. You're the head on the turntables. The head on the turntables. Zeig uns deine Arbeitsbewegung. Wie geht die Ausbewegung? Rat mal, was das sein kann. Die Abwechung! Die Abwechung! Die Abwechung! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020